Jetzt dürften wir im Kapitel sein, Flucht aus der Ladebucht, das habe ich schon gesehen, in der Lösung. Ich habe mir die erste Zeile durchgelesen und da stand sowas von wegen, ja, es klingt zwar gefährlich, aber es wohl das einfachste Kapitel des Spiels. Deswegen denke ich jetzt wieder ohne Lösung vor, das probieren wir jetzt einfach mal aus und schauen, was da passiert. Ich bin kein so ein Freund von Rätsel und Flucht zusammengemanscht. Da bin ich echt kein Freund von. Achso. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 4. Ja, wir sind hier immer noch in Phoenix und sind im Kapitel Flucht vor den Schlägern. Und ich habe mich dazu entschieden, dass ich da mal ein bisschen nach Lösung vorgehen werde, weil ich da keine Lust drauf habe, mal hier zu suchen, mal da zu suchen und dann immer wieder erwischt zu werden und alles von vorne zu machen. Das sei vorab gesagt und ja, deswegen gehen wir da mal rein. Ich weiß auch nicht, inwiefern es hier wirklich auch auf Zeit geht. Äh, wa? Ah, ah, okay. Ähm. Ich soll hier... Habe ich das schon genommen oder? Ja, okay. Ich habe das schon genommen, die Schlüssel. Okay. Mit den Schlüsseln sollen wir hier aufschließen. Dann wohl zwei Etagen hochgehen und einen Türstopper benutzen. Und hier diesen Türstopper benutzen. Ich lasse die Tür zufallen. Dann eine runter und das Licht ausmachen. Ah, hier wahrscheinlich. Und jetzt muss ich nur mal gucken. Äh, Moment. Ähm. Öffnet die Tür. Ah, okay. Die Tür öffnen. Dann machen wir das mal. Oh, oh. Da bewacht einer den Fahrstuhl. Boss, sind Sie das? Bleib bei der Fahrstuhltür, Vito. Klar, Boss. Okay. Das hat uns jetzt was gebracht. Muss ich hier mal nochmal weiterlesen. Äh. Ruft nach seinem Boss. Schnell in den Raum links, in dem sich der Fahrstuhl befindet und in dem du beim ersten Mal erwischt worden bist. Okay. Okay. Gangster kommt, ruft, äh, rutscht. Okay. Ah, okay. Benutze das Öl mit dem... Okay, ich verstehe. Ich verstehe, was ich überlesen habe. Äh, ich müsste hier also irgendwo Öl haben. Das haben wir tatsächlich. Äh, wir müssen nur mal kurz... Zack. Ein Klassiker, also. Wir nehmen Öl auf den Boden um den Türstopper. Ganz schön rutschig. So, dann kann ich jetzt hier wieder... ...den Türstopper verwenden, dass die zufällt. Um sie dann aufzumachen, oder... Wer ist da? Wie ist sie, Boss? Hä? Ich bin hinter der Tür, der konnte mich gar nicht sehen, der komische Typie. Was zum... Wahrscheinlich hätte ich wieder in die Ecke gehen müssen. Ah, okay, ich bin in der Ecke. Sehr schön. Also da hat es jetzt immerhin zwischengespeichert, das ist interessant. Dann kann ich jetzt erst mal... Dann kann ich hier jetzt erst mal ein bisschen rumprobieren. Ich lasse die Tür zufallen. Ja, vorher musste ich sie auf, nur ich mache diesmal nicht. Also ich gehe wieder hier in die Ecke. Dann dürfte er mich ja nicht sehen. Wirst du? Okay. Dieser Raum hier war das, glaube ich. Ja. Okay, und was soll ich hier in diesem Raum hier jetzt machen? Muss ich gerade mal checken. Aha. Schließe die Tür mit dem Schlüssel ab. Machen wir mal. Ich will immer mit Escape wieder aus dem Pausenmenü rausgehen, weil man das hier gewohnt ist, aber... Darf man nicht. So, und abschließen. Tür verschlossen. Okay. Und jetzt kann ich doch bestimmt hier irgendwie... Das tue ich ganz bestimmt nicht. Zeit zu verschwinden. Geht das jetzt einfach? Hoffentlich hast du den Schlüssel nicht im Aufzug stecken lassen, Vito. Ach komm, Boss. So dämlich bin ich nicht. Du bist so dämlich, dass du noch nicht mal merkst, wie dämlich du bist. Puh, das war knapp. Okay. Und jetzt müssten wir... Das darf ich nicht speichern. Ah, okay. Weil ich noch nicht ganz aus der Sequenz draußen war. Okay. Jetzt dürften wir im Kapitel sein. Flucht aus der Ladebucht. Das habe ich schon gesehen. Äh, in der Lösung. Hab mir die erste Zeile durchgelesen. Und da stand sowas von wegen, ja, es klingt zwar gefährlich, aber es wohl das einfachste Kapitel des Spiels. Deswegen denke ich jetzt wieder ohne Lösung vor. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und schauen, was da passiert. Ich bin kein so ein Freund von Rätsel und Flucht zusammengemanscht. Hab ich echt kein Freund von. Ach so. Verdammt! Ja, alles vermasselt. Wovon redest du? Der Boss ist nicht gerade glücklich darüber, Mr. Fingers. Was soll das heißen? Ich bin der Boss. Das sieht Mr. Spalachi anders. Er möchte mit Ihnen persönlich reden. Ich gebe Sie mal weiter, Mr. Spalachi. Danach flog ich direkt hierher. Der Orden des Heiligen Michael hat die gesamte Phoenix-Operation finanziert? Und Anna Maria hat sie geleitet. Was ist mit dem Gold passiert? Das wusste Maynard nicht. Und du meinst, Anna Maria weiß es? Sie wusste es. Erinnere dich. Sie wollte, dass du ihr hilfst, einen Schatz zu finden. Einen Schatz? Genau. Aber was für einen? Das Elixier des Lebens? Eine Wundermedizin gegen alle Krankheiten? Oder eine Waffe? Nein. Maynard war verrückt. Du kannst ihm nicht glauben. Warum sollte er lügen? Anna Maria wäre nicht in sowas verwickelt. Maynard wurde vaporisiert. Das Pulver. Das Gold. Es ist ein Bestandteil einer Waffe, George. Glaub mir. Na fein. Ich habe gerade einen schönen Tee aufgegossen. Wir müssen zurück und das Kloster überprüfen. Oh. Oh. Was ist passiert? Lasst mich mitkommen. Tut mir leid, Mark, aber überlass das besser uns. Ich kann auf mich aufpassen. Es könnte gefährlich werden. Wir brauchen dich hier, falls was schief geht. Nie darf ich Spaß haben. Das ist kein Spaß, Mark. Komm, Nico. Gehen wir. Wie die sich da auch gemütlich machen, als ob es ihre eigene Wohnung wäre. Lustig. Der Platz ist menschenleer. Ideale Bedingungen zum Einschleichen. Zum Einschleichen und für diesen Penner hier vielleicht auch zum Einschlafen. Aber mit dem werden wir jetzt erstmal reden. Hallo, Archie. Was machst du hier? Wer sind sie? Ich bin es, George Stobart. Der mit dem Schlüssel. Ah, mein Junge. Schön, dich wiederzusehen. Gerhard, richtig? Ich vergesse nie ein Gesicht. Nur Namen, was? Ja, der... Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass wir den noch ein paar Mal häufiger treffen werden. Was erzählst du uns denn so? Was führt dich hierher? Bei meiner Arbeit muss ich in Bewegung bleiben. Arbeit? Ich schreibe an einem Buch. Oh, wie soll es heißen? Pichelnd um den Globus. Eine Kindergeschichte? Ein süßes Kätzchen auf Weltreise vielleicht. Mit niedlichen Pfötchen. Ach, Fölefanz. Eine Enzyklopädie der Sauferei. Land für Land Probe gepichelt. Da bist du aber nicht weit gekommen. Ich sehe nicht klar genug, um zu schreiben. Hm, woher das wohl kommt? Haben nicht die leiseste Ahnung. Oh, Mann. Wie hat Bruder Mark auf die Vogelinvasion reagiert? Das war verdammt lustig, Gottfried. Lange nicht mehr so gelacht. War er sauer? Erst als du weg warst, da bekam er einen Anfall. Ging mit dem Besen auf mich los. Echt? Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, mir die Borsten aus dem... Was soll's. Alles für den guten Zweck. Oh, stimmt ja. Er hat ja sein Brot genommen. Mark hat wahrscheinlich mal gesehen, dass das sein Brot war. Und hat dann die Brotkrümel gefunden. Noch Reste und... Oh, okay. Verständlich. Macht Sinn. Okay. Okay. Du magst Wein, nicht wahr? Man sagt mir nach, ein paar Tropfen zu kinnen. Was hältst du davon? Ein edler Roter aus dem Vatikan. Was für eine Flasche soll das sein? Reiseformat. Ist die Reise nicht wert, wenn du mich fragst? Wo kriegst du denn deinen Sprit her, Archie? Wo ich kann. Reste alter Fässer. Tropfen aus leeren Flössen. Abbeizer. Abbeizer? Mit Kaffee und einer Zigarre geht er runter wie Öl. Und für feines Gesiff gehe ich an mein Geheimversteck. Geheimversteck? Psst. Die Wände haben Ohren. Und wo ist dieses Versteck? Wenn ich das mal wüsste, Zinja. Und wie kommst du dann dahin? Mein Durst leitet mich. Ich folge ihm bloß. Prost, Archie. Okay. Wahrscheinlich dürfen wir das nicht nehmen. Hey, was soll das? Oh, ich habe bloß deinen Spiritus bewundert. Der, der muss bis Sonnenaufgang reichen. Immer unter Strom, was Archie? Okay. Hey Nico, hast du einen Moment Zeit? Klar. Was ist los? Oha. Okay. Vielleicht können wir dasselbe Spielchen nochmal spielen. Weißt du, Archie ist ja hin und weg von dir. Er erkennt Qualität, wenn er sie sieht. Dass ich nicht lache, der sieht kaum mehr als seine Flasche. George, Sarkasmus ist... Einer von Stobards Vorzügen, ich weiß. Kämpf nicht dagegen an. Ah, ja. Ich brauche Archies Spiritus. Hast du eine Idee? Du könntest ihn fragen. Ich glaube, er weiß das mit dem Brot. Wie wäre es, wenn du ihn fragst? Hm, knifflig. Ich kann mir denken, was er dafür von mir will. Es ist für eine gute Sache. Geh da nicht hin, George. Ich brauche Archies Spiritus. Hast du eine Idee? Du könntest ihn fragen. Ah, ich glaube, er weiß das mit dem Brot. Okay, da kommt nur dasselbe wieder. Wie wäre es, wenn du ihn fragst? Okay. Hm, knifflig. Ich kann mir denken, was er dafür von mir will. Es ist für eine gute Sache. Geh da nicht hin, George. Reagiert komisch dafür auf seinen, äh, ist nur für eine gute Sache. Hätte ich jetzt eine andere Reaktion erwartet, aber okay. Der Orden des heiligen Michael. Da hat Anna Maria gearbeitet. Oh ja. Das ist die Tür von dem Foto. Das eine, wo sie als Nonne... Sie war keine Nonne, als ich sie kennengelernt habe, okay? Okay. Also, da müssen wir hin? Nein, alles schwer bewacht. Innen wie außen. So kommen wir da nicht rein. Wir gehen durch die Hostienbäckerei. Schon wieder? Wir müssen einen Weg in die Hostienbäckerei finden. Und, äh, wie hast du's beim letzten Mal gemacht? Geklingelt, den Charme etwas aufpoliert und drin war ich. Ich tippe ja mal, dass die jetzt alle im Bett sind. Und sie wissen inzwischen, wer ich bin. Nun, dann müssen wir improvisieren. Okay. Oh, danke, Nico. Danke für nichts... Ich bin nicht schlauer als vorher. Aber die stehen ja immer noch da. Sind das, sind das... Figuren oder was? Hey, eine halbvolle Flasche Krug-Champagner. Vatikan. Die Partystadt, was? Okay. Guten Tag. Der Kerl scheint die Schnauze voll zu haben. Kein Wunder, wenn man nachts arbeiten muss. Besser nicht stören. Ähm. Das sehe ich anders. Ich speichere jetzt lieber mal. Und schau mal, was passiert, wenn ich den hier mache. Seien wir ehrlich. Es ist Nacht, keiner ist in der Nähe und morgen ist Papstmesse. So komme ich da nicht rein. Okay. Passiert nix. Auf der Tafel steht Kloster des Ordens, Sankt Michael. Ja, schön und gut. Aber dann würde ich sagen, soll es das für diesen Part auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wir werden uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn es wieder heißt, let's play Baphomets Flu 4. Bis dahin, macht's gut. Ciao Leute.